everybody get your fucking hands up joe my name is Royce, ich zeige euch heute einen Solo-Glitch, wie ihr ganz einfach ganz viele Zombies niederschnetzeln könnt. Am besten nehmt ihr euch dazu die Wunderwaffe, dass euch niemals die Munition leer geht. Ihr stellt euch einfach hierher, die Zombies sammeln sich vor euch, ihr könnt es niederschnetzeln, ganz chillig. Dann sollen Zombies sich vor euch versammeln. Am besten benutzt ihr dafür die Wunderwaffe, dann geht ihr euch auch niemals die Munition leer. So wie mir jetzt gerade. Ich hoffe, heute dieser Glitch hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder, wenn es heißen Boom vs. Glitschen. Jui!